Agoraphobie ist Angst vor öffentlichen Plätzen. Und die Agoraphobie ist oft etwas, das auf Reaktionen von einer Panikstörung entsteht. Also aufgrund von Angst, vor der Angst, meidet man die Plätze, wo man Angst hat, man könnte eine Panikattacken haben. Und das kann so weit gehen, dass man am Schluss gerne um das Haus traut. Aus Angst, man könnte eine Panikattacken haben und man könnte sich dort blamieren, zum Beispiel vor allen Leuten. Oder man könnte sich irgendwo haben, wo einem niemand helfen kann. Und um diese Situation zu vermeiden, kann es dazu führen, dass man diese Plätze miedet, bis zum Punkt, dass man gerne um das Haus traut. Also es geht so weit, dass die Leute nicht einmal mehr fürs Haus trauen und eine Post geholt. Das ist eine Agoraphobie. Und warum haben Menschen überhaupt Ängste?